Ja, jetzt, wo wir alle zusammenhalten müssen in Europa, jetzt wird plötzlich eine Melodie sehr, sehr aktuell und überall gesungen und gespielt, nämlich Freude, schöner Götterfunken aus der 9. Sinfonie von Beethoven. Das ist ja unsere europäische Hymne. Und da wollen wir natürlich auch mitspielen, und zwar sehr qualitätsvoll. Sicher können das viele spielen, aber wir arbeiten trotzdem noch ein bisschen daran. Und zwar, ich spiele es jetzt erst mal und zeige immer mit der Hand, wenn ich so nach vorne gehe, ist ausatmen, so ist einatmen. Wir fangen auf der chromatischen mit zwölf Kanälen beim Kanal 6 an. Also. Und zwar. Und zwar. So, ja, jetzt habt ihr alle, die nach meinem Happy Harmonica System spielen, also wieder mal in Erinnerung gebracht. Und jetzt geht es natürlich darum, das auszubauen. Also sehr wichtig ist ein wunderschönes Vibrato, weil es ja eine ganz edle Melodie ist. So, und jetzt, ihr wisst ja, Haltung, Daumen, Zeigefinger hier rein und dann schließen für die diversen Vibrato-Geschichten. Und jetzt müssen wir das natürlich auch gestalten. Also, das ist ja wie ein Satz, praktisch eine Aussage von Beethoven, die er dann nochmal bekräftigt. So, und der dritte Teil, der jetzt kommt, ja, das ist dann diskutiert er über die ganze Geschichte. Das ist eine Weiterführung. Ja, und dieses... Das ist... Das habe ich schon bei den Workshops immer gemerkt, mit schwierig, weil nur aus einem Zack, Zack, Zack. Aber das kriegt ihr hin. Also, diskutieren wir nochmal weiter über das Thema. So, und jetzt ist er musikalisch an dem Punkt angekommen, wo er gefunden hat, der letzte Ton, der... Das beweist ihm, die Melodie ist wunderschön. Und er wiederholt sie dann zum Finale. Und da können wir natürlich am Schluss auch spielen. Weil wir den wunderschönen Akkord haben. C-Dur oder halt den Akkord, in dem die Harmonika ist. Das ist meine Harmonika, meine Seidel. Sagst du nicht in C. Also, wie gesagt, es gibt natürlich auch Stellen da drin, wenn jetzt einer nicht so fit ist mit dem Einzelton und... Ja, das klingt zweistimmig auch ganz gut. Aber da gibt es natürlich dann so komische Ecken. Also, ich empfehle das schon, im Einzelton zu spielen und mit einer kräftigen Aussage. Ja, und dann stellt euch auch mal wie in Italien ans Fenster. Und dann, wenn ihr eine Seidel-Saxonie habt, dann lasst mal richtig krachen. Und dann, wenn ihr eine Seidel-Saxonie habt, dann lasst mal richtig krachen. Ja, und da könnt ihr doch mit allen Instrumentallisten mitmachen. Übrigens, morgen um 15 Uhr, also am Dienstag um 15 Uhr, da probiere ich mal was ganz, ganz Neues aus. Ich finde das spannend. Da gehe ich mal online, also da bin ich mal live in YouTube. Wenn ihr kommt, ich will einfach mal sehen, in meinem Handy gibt es da diesen roten Punkt. Da steht, also online oder live, YouTube live. Und da will ich mal sehen, was passiert. Ob ihr da, wenn ihr zuguckt, dann mir was schicken könnt. Dann schickt mir mal eine Message oder so. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Wenn das gut klappt, dann gebe ich am Wochenende, am Freitagabend um 20 Uhr ein Live-Konzert aus meiner Wohnung. Das wäre doch auch spannend. Jo, dann macht's mal gut. Bis morgen und tschüss.